so mein dapd herr willkommen wieder zurück zu einer neuen folge von märkten ex auf dem wunderschönen kanal seit drei tagen müsste eigentlich mafia 3 kommen ich hoffe es mal seit drei vier drei zwei tagen und ich habe gesehen dass bei den verziehungen bei kühlerfiguren immer was unterschiedlich ist hier aber zum beispiel weniger höchstgeschwindigkeit dafür mehr abwehr als beispiel ich sagte mal gut verziehung kann man jetzt auch machen wir jetzt einfach mal wir machen machen kreuz dran ein schwarzes sehr schwarz und sieht kack aus ich finde es nie so schön gut aber wir haben es mal gebaut und wir wollten ja diesen part mal hierhin fahren wir können sogar hierhin reisen aber sogar noch kürzer fällt mir dazu auf das machen wir jetzt auch mal meine beste die schreibt nicht mehr sie ist gerade auf 180 ist am verzweifeln und alles mögliche und ja kann kann ich jetzt leider nicht helfen das ist echt schaden ich habe ja gesagt ich werde gerne für sie da auch nicht auch nicht jetzt hat man ihn wieder begreift aber jetzt krieg ich nicht an sie hat mir immer noch nicht geschrieben ganz ab und ich bin ja defekt ich bin ja defekt wird dann schon maus und trinken aber was naja ich bin mich mal da muss er gedrückt halten stimmt ja nicht mehr voll krieg ich mich ich bin mal gespannt was hier kommt ach stimmt der ist ein konvoi das war ja konvoi gebiet hier ich hab's verringert what the fuck denn das viel können wir uns auch gleich mal ein sniper da drüben wenn wir schon mal hier sind warum nicht warum dann nicht gleich mal ein bisschen holzgebiet drängen wir hätten ja auch gut dass da helfen können aber ist alles viel zu einfach wollen wir gleich das hier machen was gibt es denn hier ja hier gibt es noch was und hier gibt es sogar eine schwimmenleitung einfach so kurz hier noch geschrieben am besten schreibe ich noch sonst bin ich gleich bei dir das könnte sein ja das ist so und wo komme ich rein kommen wir mal steigen wir mal aus ah guck mal hier ist ein torschlag können wir das weg schießen ne hier bräuchte ich ja Pune Mist was das Auto muss runter machen wir das Auto so runter zeigt nicht das Auto soll ja auch runter oder Da hab ich was falsch verstanden. So. Wollen wir mal. Was? Fehl mal Schrott? Wollt ihr mich verarschen? So wenig? Was gibt es denn eigentlich? Ach nur, öh nur 10 mal Schrott. Ach da drüben, okay. Also hier runter. Hier scheint wohl nicht zu sein. So. Ah hier gibt es Schrott, okay. Scheint wohl jemand zu sein. Ach hi. Hab ich dich? Hallo? Geht's dir gut? Hallo? Geht los! Kompany! Lass sie außerhalb! Die können hier theoretisch immer wieder neue spawnen. Ei, was ist denn das für ein Angriff gewesen jetzt? Den würde ich auch drauf haben. So. 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 Und so. Fangen wir hier runter? Können wir auch noch? Oder was? Ach so, hier gibt's Schrott. Ach so, hier gibt's Schrott. Okay. Dafür geht mal gerne in die Kalonisationus. Kalonisationus. Spontanius. Spontanius. Nananananan. So. 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 Wieder was geschrieben. Eigentlich ist mir hier das Schrott relativ egal, weil ich... das ist mir hier... Hi. Ah, warte mal hier unten. Ja gut, es ist Schrott. Ich hab grad gesagt, Schrott ist mir irgendwie geil. Und ich geh jetzt hier runter, nice. Ist doch schon ein bisschen dumm hier rumzulaufen, ne? Dann, wir kommen da rüber. Ach da. Wie dunkel es auch hier ist. Also selber für mich, also nicht für euch in der Nord-Aufnung, es ist so übelst zu dunkel. Es ist auch für mich extrem dunkel hier. Hey, du hast Waffe. Los, los. Hat bestimmt der hier mit der Waffe gerade... Äh, der hat bestimmt keine Waffe. 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 Da hört der ziemlich viel aus. So. Ein Schrott, das hier. Ja, ob sich das rübergehen jetzt lohnt, weiß ich nicht. Ah, guck mal, da sind wir ja schon. Gut. Ich muss nur das Ding rausnehmen. Wo fässt denn der... Nein, ich möchte... Ist ein bisschen komisch, wie er es aufgemacht hat, aber... So. Wir öffnen das Gitter. Ach so. So. Leuchtsignal geben noch. Auf der... Auf der 3 war es glaube ich, oder? Ne. E. Okay. Stattel. Zeit für die Gattgache, Leute. So. Da haben wir es. Äh. Und jetzt ne Bomber. So. Ah fuck, jetzt hab ich vergessen zu lesen. 200 Schrott. Naja. Wie konnte ich nen Jump Bucket rufen? 3 nicht. Die 4 nicht. Die 5 nicht. Die 6 nicht. Muss ich hier auf... Ne. Auf die Straße muss ich auch nicht gehen. Hä? Eins ist das. Ah! Gut, Leute. Das war's schon wieder mit dem Part. Äh. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gib einen Daumen um. Wenn nicht einen Daumen um. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.